Wir begehen uns nun in die Magdeburger Straße, denn dort eröffnet am kommenden Samstag, dem 28. März, das Schönebecker Warencenter. Was es dort zu kaufen geben wird, das zeigen wir Ihnen jetzt. In Schönebeck gibt es ab dem 28. März eine neue Einkaufsmöglichkeit, und zwar für jedermann. Das Schönebecker Warencenter, welches in der Magdeburger Straße 256 zu finden sein wird, lädt klein und groß zur Eröffnungsveranstaltung am 28. März in der Zeit von 9 bis 18 Uhr ein. Doch was wird es dort geben? Welche Waren sind im Sortiment enthalten? Ein großes Sortiment an Elektrogeräten, Polstermöbeln wie Sitzecken, Schlafcouchen, Designerstücken oder Messeanfertigungen, Küchen, Wechselnden und dauerhaften Aktionsangeboten, all das wartet auf Sie. Gerne liefert Ihnen das Warencenter Ihren ausgesuchten Fernseher, Elektroherd, die Waschmaschine, den Trockner, die Gefrierkombination oder aber auch die neue Küche oder das ausgesuchte Polsterstück zu Ihnen nach Hause. Auf Nachfrage und Preiskalkulation kann dieses dann auch aufgebaut werden. In den Dauerangeboten finden sich für den kleinen Hunger Eis, Knabbergebäck und natürlich auch alkoholfreie Getränke. Speziell zu Ostern hat das Schönebecker Warencenter einige Angebote für Sie vorbereitet. Mit dabei eine Reihe von Kärcher. Aber auch für die kleinen Schönebecker gibt es ganz besondere Kinderrutscher, die vielleicht genau zu Ostern das Richtige sind. Wer das umfangreiche Angebot des Schönebecker Warencenter einmal persönlich erkunden möchte, hat montags bis freitags in der Zeit von 9 bis 18 Uhr und samstags von 9 bis 16 Uhr die Möglichkeit dazu. Darüber hinaus öffnet das Schönebecker Warencenter seine Türen jeden ersten Freitag im Monat von 9 bis 20 Uhr. Das Schönebecker Warencenter in der Magdeburger Straße 256 – Angebote für jedermann.